Der Puff, der Puff, wir fliegen zum Puff. Ich hab' die zweimal gemutet. Oh, achso, ich bin ein anderer Hubschrauber. Oh, wow. Oh, da habt ihr grad gesehen, da unten war eine Rettungsboje, Rettungs... Ey, Mann, schlechtes Wetter. Oh, oh, hi. Edward Paftan. Oh, wow. Mausempfindlichkeit ist ein bisschen ziemlich schnell. Fisheye und Calvin. Muss ich irgendwas tun? Ach, D, da steht was, D. Ach, guck mal, das sind alle. Ich hab' das gar nicht gesehen, dass da grad Buchstaben stand. Stand denn. Okay, warte mal, da haben wir Barbara Paftan, Virginia Paftan und das ist die Map. Okay. Hä? Ich hab' grad gar nicht gesehen. Fight. Demons. Ich hab' warte mal stata. Tschüs. Mann, beweg dich nicht, bleib da. Einmal mit Profis. Einmal mit Profis. Aua. Aua. Nein, nein, nein. Ah, wow. What the heck? Open emergency only. So, hallo. Hallo. Hi, wir sind noch in der Katze. Warte mal kurz. Wir müssen ja nicht erst warten, bis du reingeladen bist, bis bei uns die Katze überhaupt angefangen hat. Achso, okay. Guck mal bitte nach oben. Achso. Okay, ich hab grad schon den Namen weg. Ja, ja, ich auch. Das halt. Muss mal gucken, wenn du Bäume vielleicht siehst du uns ja schon rumhängen. Ne, leider nicht. Wäre cool gewesen, dass die Hubschraube noch da wäre, aber die Hubschraube liegt bei mir schon auf dem Boden. Ich glaube, ich muss die Grafik da auch mal ein bisschen runterschrauben. Ab und zu gibt's so kleine, kleine FPS-Einbrüche, sonst läuft das super geschmeidig. Boah, das ist laut! Kommt doch nicht weg, wir müssen uns noch unterstellen, die einzelnen Effekte und sowas. Hier liegt der Typ, der schreit die ganze Unternehmung. Das ist laut, ey. Aber weißt du, was lustig ist? Ich hab's ja vorhin einmal gestartet, hast du ja gesehen, weil ich's ja mal kurz getestet hab. Ich hab nicht die Katze gehabt, die wir jetzt hatten, im Baum zu landen. Ich bin im Wasser gelandet. Ich schon. Ich hatte es selber wieder. Ja, ja, jetzt hatten wir alle drei das selber. Ich bin vorhin im Wasser gelandet. Liegt ihr reinzufällig auf dem Boden? Nein. Ich weiß nicht, was denn... Was macht denn der da? Hey, Mann! Ich hab nur raue Haare. Ähm... Was macht denn... Was macht der Typ hier bei euch auf dem Boden? Bei mir paddelt der. Der warte rum, heb den hoch! Ja, ja, aber... Ich weiß, aber... Oh Gott, ich wollte doch ganz kurz warten. Das fand ich grad lustig. Das ist Kelvin. Kelvin, das ist... Den haben sie schon vorgestellt gehabt bei IGN. Der ist... Der ist paup durch den Absturz. Paup und stumm. Ach, jetzt aber stumm. Äh, gut... Gut gelöst. Du hast ein Zettelchen. Ähm... Kannst du dem Befehle geben, von wegen sammeln mir Raumschämme, sammeln mir Stöcker und sowas oder folge mir. Und der warnt sich auch davor, wenn äh... Kannibalen oder sowas kommt. Äh, der ist so ein Unterstützer einfach nicht. Ich will ihn umtaufen. Nee, kannst du leider noch. Den kann man auch, äh, töten, aber dann ist er weg. Für immer. Soll man die Axt rauspacken. Boah, ist das für eine Megatasche, was ich hier habe? Boah, was ist denn das? Äh, was hab ich denn alles an Bord? Alles. Ich bin der Experte. Ist das bei euch auch so laut, verdammte Hacke? Nee, hab ich schon vorher runtergestellt. Ich hab's dolle runtergestellt. Ja, aber ich hab das schon runtergestellt. Ist trotzdem voll laut. Man muss das mehr runterstellen. Also ich hab jetzt gerade eben von Ultra auf, ähm, High gestellt. Ähm, sieht ein bisschen anders aus. Also Ultra sieht ein Stückchen besser aus. Aber von den FPS, Mini-FPS-Einbrüchen, die so ab und zu mal auftauchen, hat sich nichts geändert. Also ist wie vorher. Naja. Wow, der ist aber echt gut abgebrannt. Oder durchgebrannt. Oder nicht durchgebrannt. Ähm. Wie nennt man das? Nicht durchgebrannt? Durchgebrannt tut man ja, wenn man... Naja. Ich mit jemandem durchbrennen. Okay. Aber ist schon cool, dass wir schon mal ein Messer haben. Wenigstens etwas. Du hast doch ne Axt. Ausgebrannt. Das muss ich sagen. Haben wir auch ne Axt? Geht mal ins Inventar, da habt ihr diese komische Tasche liegen. Die müsst ihr bloß öffnen. Ah, sie sind Blueberries. Voll. Wie öffne ich die denn? Ach, die mit Reißerschluss oder was? Ja, ne, du hast jetzt ein kurzes Tutorial. Die ich durch dich die Blueberries im Mund wirfst. Okay. Dann machst du Rechtsklick auf die Tasche. Also da steht ja noch. Diese hier Caution back da über dem Messer. So ein Mini-Tutorial, dass du weißt, wie es Crafting geht. Du drückst aufs Zanghaut, dann packt er die aus. Ah, jetzt habe ich wieder. Das ist... Das ist keine, ähm... Die kleine Ikea-Verpackungsanleitung. Mhm. X? Warum X? Moduswechsel. Ach, ich muss gedrückt halten. Unterkünfte. Okay. Wie blättert der mit einem Daumen um? Der ist halt... Versuch das mal bitte zu Hause. Einmal bitte. Ich versuch... Habe ich ein Buch hier? Ich will das jetzt mal testen. Wie tut man denn mit einem Daumen umblättern? Okay. Wie komme ich denn hier wieder raus in diesem Modus? Äh... Wow. X? Wie komme ich denn hier wieder raus? Ey, wie du das Feuer machst, ist ja immer megacool. Wie... Weißt du, wie man hier wieder rauskommt? Äh... B. Okay. Boah, das hat gedauert, ey. Muss ich jetzt die scheiß Axt dann mal raushören. Aber warte mal, ich kann das doch... Wie guckt man das nochmal? Muss das... Damals musste man doch das auf die... Ich wollte es nämlich auf die Eins tun. Ähm... Man kann das doch oft... Ja... Ich weiß auch grad nicht, wie es geht. Ich kann es nämlich nicht in der Hand halten. Ich kann es nur ausrüsten. Ich würde es gerne dann rüberziehen auf den Rucksack. Aber Rucksack hast du auch irgendwie... Auf dem Rucksack ist das schon. Jaja... Also ich... Genau das meine ich ja. Damals hat man ja noch den Rucksack in der Tasche. Wenn ihr weiß, was ich meine. Hast du? Ja, aber ich kann es nicht drauf schieben. Es ist schon automatisch drauf. Aber ich weiß nicht, welche Tasten kommen jetzt. Ich guck grad die Störung durch. Achja, da ist er wirklich. Mhm. Vielleicht gedrückt halten. Jetzt habe ich es rausgenommen. Jetzt habe ich es reingesteckt. Hm... Beine Ahnung. Dunkel geht das, denke ich mal. Das ist voll traurig, dass er jetzt taub ist. Scheiße, ey. Wer ist tot? Dass er taub ist. Also taub ist. Das ist traurig. Oh ja, Kaninchen. Und Eichhörnchen. Yeah. Ich teste gerade mal die Einstellung, was besser wirkt. Irgendwie ist beides gleich. Achtung, Baum fällt gleich zu euch. Boah, die haben wir da mal mit so einem Mini-Äxtchen, ne? Boah. Scheiße, ich habe das Kaninchen getötet. Äh, das ist... Oh oh... Hm... Sorry kleiner Mann. Achtung, Baum fällt zu dir, Benni. Genau in deine Richtung. Genau zu dir. Boah, hohohoho. Also das ist aber ein gutes Feuer da. Ja. Ein Titanfeuer. Sag mal, ähm... Kann man die Maus-Empfindlichkeit einstellen? Steuerung Maus Empfindlichkeit Ach hier, ist das eine Pilzplantage jetzt oder was? Pilzplantage? Was? Ach, das ist so cool, das Bausystem Hä, wie hast denn das gemacht? Du kannst, wenn du einen Baumstand hochhebst, kannst du die jetzt alle einzeln so platzieren, wie du das möchtest Und wie dreht? Ah, Q Ach, krass Kommt die wieder abreißen Ich hab Kevin jetzt mal auf Stock Suche geschickt Immer dass ich nicht so langweil Der Arme War cool Wie habt ihr eben unsere Server genommen Äh, genannt nochmal Sans of Ser Ne, ähm Wald of the Dooms Ne, du hast ja gerade eben den Den, den, den Namen Darüber, über den Namen gelacht Wie hieß denn war der? Holger Holger, ich nenne dich nicht, äh, Calvin Den nenne ich Holger Habt ihr auch so kleine, kleine Mini, äh, FPS-Einbrüche immer? Ganz kurz? Hm Also ich kann flüssig spielen, aber Ist mal ganz kurz, ne Sekunde immer Hm Oh Was ist das hier? Bayern gegen Glattdorf oder nicht? Hier liegt noch ein Typi Ja, der ist zu Der wurde ja von der Tür erschlagen Oh, den kann man nicht auseinandernehmen Okay Jetzt hältst du den Menschen gleich noch? Ja Oder 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 Wie kann ich denn das Journal auspacken? Mit B glaube ich war das, ne? Ja, B, okay Ähm Testen wir mal Was haben wir denn hier? Okay Was haben wir hier? Okay Okay Finde Holz Zerbreche Holz Lege Holz auf den Boden Und zünde an Okay Machen wir mal Ich muss wieder B drücken Finde Holz Finde Holz Wo ist Calvin? Calvin, hol mal Holz Calvin hat doch bestimmt Holz bei sich oder so Schnur, hast du Holz bei der Hütte? Na klar Na klar Ja hier, Holz Dankeschön Calvin Holger Holger So Und das soll ich das knicken Dort Holz Wie komme ich denn da so schnell dran? Ich muss immer wieder Du kannst auch mit X den Modus wechseln Dass es das alte Bausystem ist Ach so, das ist das alte Ach ja, das habe ich gar nicht Hm, es gibt das alte und das neue Oh, ein Smetterling Ähm B Oh, ich will hoffen, dass es gibt bessere Sachen als die Nämlich von Staffel 1 Äh, von Teil 1 Weil die von Teil 1 waren echt langweilig nach der Zeit Was, was meinst du? Die Bauteile Naja, dafür ist ja das Komplett Neu-Bausystem Du kannst jetzt alles so bauen, wie du jetzt ohne Eingrenzen Sag mal, wie nehme ich denn das Muss ich jetzt wieder ins Inventar wie, äh Und dann das Holz in die Hand nehmen oder was? Und scheiße, ich habe noch keinen Weg gefunden, wie du halt Dings machen kannst Das ist aber echt anstrengend, wo ist das Holz jetzt bei mir hier? Äh, muss nach rechts gucken Und dann klickt, breche ich das wie über? Also ich brauchst nicht mal einen Bauplan dazu Nimmst du es in der Hand Guckst du auf den Boden Und dann musst du da eigentlich verstehen Und dann drückst du Achso, für, für, der macht das automatisch oder was? Ja Aber wie? Guck mal auf dem Boden, da stehen noch Tasten Und dann Du brauchst halt kein Lagerfeuer für bauen Also keinen Bauplan zu legen Nimm mir jetzt sicherlich machen, was er aufwacht hat Ähm Dingsklick, eigentlich Ja, ich muss jetzt mal kurz gucken Die Riechselchen ist nochmal, das Ding hier Aber die Hackstellen von den Wald sind nicht cool aus Genau, du musst das machen und du machst die zwei Stück Und dann Okay Hast nett gemacht Okay, man muss, man muss echt, äh, ähm Umdenken, ne? Weil vorher hast du ja immer dieses kleine Menü gehabt Und fertig war's Ja, okay, okay, das schon Jo, ich will mein Messer wieder haben Jetzt muss ich jetzt mal hier Oh, die Axt Der Fuß ist voll laut, ne? Super schön hier Das ist eine schöne Stelle Ob das immer die Stelle ist, wo man, äh Okay War komplett woanders Ich war mitten am Strand What the heck? Oh, hier ist ein Spinnennetz Ein bisschen extrem Groß Kommt da auch nicht mehr, ne? Kein Spinnni Äh Was ist jetzt? Was ist jetzt? Warum ist es jetzt so klein? Oh Gott, ich komm damit noch nicht klar Ja, ich muss auch gerade, ich muss mir voll überlegen, was ich gerade immer so tue Wieso kann ich jetzt nicht zwei tragen? Wie die machen wir? Lassen wir doch mal fallen? Oh, mit G werfen? Ja Werfen, ja Benni baut schon voll die, voll die, voll die Bude Ich hab das gebaut Achso, du Aber Benjamin geht, ja Schaffe, schaffe, häusle, baue Wenn ich das Keine Ahnung, wie du die Waffen bängst Warum kann ich jetzt hier nicht mehr Raum machen Also man baut jetzt gar keine richtigen, äh Die Hütten, wie man möchte Man macht jetzt einfach so, oder wie? Hallo Erberraschung Oh, habt ihr es geschafft? Ja, haben es geschafft Ja Wir mussten mit Traurigkeit feststellen, dass ihr schon so viel dabei seid Ich dachte, der Stadt ist erst um halb Ja, wir sind, wir sind, wir sind, wir sind eher, wir sind nicht, äh, nicht weit Wir sind eher durcheinander Wieso ändert der denn den Mode nicht? Ah, so Hast du das jetzt einfach so gebaut? Hast du da für, für, äh, n, Dings gehabt? Ich hab Bauplan genommen Wenn du bei B, äh, also beim Buch da auf X drückst, dann wechselst du von dem Neuen auf den Alten Modus und dann kannst du den Bauplan platzieren Oh, okay Also Ich bräuchte noch gleich wahrscheinlich ein Passwort Nee Gibt kein Nee, man kommt einfach so rein, dann müssen wir was beitreten Okay Ich brauch noch zwei Minuten so runterladen Ach guck mal, der rodet ja automatisch dann auch, ne? Wenn du was baust Okay Ich weiß jetzt aber nicht, wie wir jetzt hier weiterbauen sollen Ich hab keine Ahnung Ach guck mal, der macht das automatisch Viertelstämme Ich weiß nicht, was ich alles aufnehme, ich nehm einfach alles auf Einsammeln Stammhälften Warum denn Stammhälften? Kannst du vielleicht spalten? Ja, ja, kannst du, aber warum? Soll ich den Kannst du den Weg draus bauen? Versteh das nicht Vielleicht bei Schnusshütte musst du an bestimmten Stammhälften setzen Ja Probenfüß doch Ja, aber Wie? Wie du es teilst, den Stamm meinst du? Du musst den Stamm aufstellen auf den Boden Und dann guckst du in die Mitte mit der Achse Und siehst du da so eine rote Markierung Dann kannst du draufschlagen, glaube ich Ja, ich hab ja schon so ein Ding in der Hand Ich kann es trotzdem nicht auf E drücken Das ist jetzt gerade das, weißt du? Das ist nämlich klar Ist das denn cool Ich hab dem Käfig Ratenstein gegen den Kopf geworfen Es tut mir so leid, Hubert Wie hab ich den genannt? Weiß ich nicht mehr Holger Holger So jetzt Ja, jetzt muss ich doch meine Achse mal wieder aus Es tut mir leid Oh, ich hab keinen Plan Wie es geht Ich muss jetzt erst noch was anderes setzen Was ist denn das denn? Ob du das machen kannst Weiß nicht Ich baue wie ein Baum zusammen Also baume Samme Stammhälften Achso, das ist nur kurzes Wie baue ich das Teil wieder ab Was ich falsch gebaut habe Nee, gedrückt halten Okay Hab's einfach kaputt geschlagen Nee, ich hab's aufgehoben Achso, aufgehoben Achso Ja Ich verstehe aber nicht Die Quests Einsammeln Stammhälften Ich hab jetzt die Stämme Zur Hälfte gehauen Fürs Bauen Für Schnuss Saus Decks Nicht für dich Sondern für Schnuss Aber wie kann ich den Quatsch Nein, das ist für uns Ich wollte nur mal ausprobieren Ja Weiß das ist ne Quest? Nee, oder? Nein, das ist keine Quest Das ist ja für nur Ein Bauplan Das hast du auch gesehen Also wie ich es jetzt Stream halte hier Das ist das Was für die Fortschritte Das ist Bauplans Von Schnuss Bay Für die Hütte Bist du sicher? Da hatten wir doch War das genauso Nee, aber wir hatten doch nicht Wow Wir hatten doch nie Da stehen gehabt Was die Leute bauen Was Natürlich Hä? Doch immer Hast du das Doch Aber nur wenn ich dran gehe Ich hab doch hier ne ganze Liste Nein Jetzt hast du immer Oben links mit ne Ex Hast du deine Wie? Das hat nicht gehört Sag mir grad gar nichts Das ist ganz interessant die Das Intro zu sehen und nebenbei sehe ich euch unter mir rumlaufen War sehr interessant Ach jetzt hat's geklappt Also zusätzlich dazu Dass Abgestützt bin Siehst du das Ja Head ausstöcken Kann man mal machen Muss man aber nicht Baumplattform Hier kommen wir Hier kommen wir der Sache näher Oh du hier Oh Hier läuft Virginia rum Was die hat schon eine Virginia? Naja die Man im Trailer gesehen hat Ähm Oh cool Ähm die hatte bei mir zwei Arme und zwei Füße gehabt Ja Ja Warum lief die denn jetzt schon hier rum? Du kannst Soweit ich weiß kannst du dir Vertrauen halt tun Woher weiß denn das jetzt schon wieder? Die ist doch nicht mal drei Stunden raus Ich hab jetzt vorher schon Material gehabt zum angucken was von IGN und so folglich war Wir sind voll hier am Bauen alle testen irgendwas Ich würde gerne mal wissen wie man sein Inventar durchschaltet Ich würde gerne mal wissen wie man das unten ausschaltet den ganzen Quatsch da unten Ich hab das GPS gerade angemacht Boah es ist laut das Feuer Kann man den Mist hier unten links auch ausstellen Mit Sammelseile, Stämme und sonst was? Bestimmt musst du mal gucken Das nervt mich total Der ganze Quatsch Die Grafik ist sehr hübsch ja Muss ich lassen Muss ich dem Spiel lassen Also ich schmeiß hier Voll die Balken Die wiegen nur zwei Tonnen oder so Bei denen kaum sind wir wieder da Baum fällt Baum fällt Baum fällt Wieder alles abholzen Alles abholzen Weg mit der Scheiß Abholzen Ja Hast du jetzt eigentlich schon ne Kettensicker oder noch nicht? Habt ihr irgendwas noch nicht besiegt? Ne Ah ok Dann bin ich ein bisschen zu weit Wie ich mir vorher sagen soll Genau das wollte ich nicht Ich wollte es drehen Warum hat das jetzt nicht gedreht? Was muss ich denn drücken? Wie kann man jetzt hier das Ingetar richtig sagen? Wie kann man nochmal Sachen aufheben, die ich gebaut habe? E Lange vor der Zeit Geht nicht AC AC Ich verstanden Wie dreh ich denn jetzt hier? Q E R Was machst du grad Junior? Ich guck grad das Handbuch durch Doch alles gefunden Ja Aber Ressourcen hast du hier einfacher zugänglich für dich Ja Ja wir sind ja jetzt noch mitten im Wald Ähm Wie kann man denn das Feuerzeug anmachen? Ä Wie im ersten Teil also Ja Aber das ist nur so ein kleines Ding oder was? Ja Boah Ein Elektrofeuer ist das Scheiße Iiii Das ist ja schrecklich Ich höre da jemanden Ach Gott ich sehe mich auch da unten Eiii Ich bin fast wie Cheaten Jetzt weiß ich wo wir sind und wo wir hinlaufen müssen Boah es wird grad mega dunkel jetzt Oh guck mal Fischsteuer kannst du aufbauen Wow Oh Äh Bitte was Bitte was Bitte was Bitte was Ich Ich würde gerne unbedingt diesen Mist da unten links ausstellen Das ist mir zu viel da Der ganze Text Der Der macht so viel Platz weg Na Calvin Wie macht man denn die Lampe vom Calvin Wie macht man denn die Lampe vom Calvin Der Calvin hat so ne so ne so ne so ne Lampe an Die haben wir doch bestimmt auch oder? Flashlight geht nämlich nicht Was Was will ich denn jetzt hier mit dem pinken Partylicht Das ist total schrecklich Ja also Total schrecklich Gibt's ne richtige Tasche in der Bau Die müssen wir auch was finden Braut ihr ne Fackel Ich weiß da fehlt noch ein Balken aber ich muss ganz ehrlich sagen ich hab mich jetzt gerade erst mal ein bisschen Ich wollte mich erst mal kümmern um das licht aber mega dunkel Es gibt ne Fackel wir haben aber noch keinen Stoff oder? Ne Also Nee Ach Gott Nix Ja Hallo ich bin kein Bauch Wie kann ich mich runterholen? Das wird schon mal Nein Nein Ich bin über der Hütte zum Schluch Fieh die Hütte Boah das ist dunkel Oh ich hab nen Speer Guck mal der leuchtet pink Hahaha Guck mal da